Mann, Mann, Mann. Mhm. Damit haben die Rüstungsbeschädigungen an. Alles klar. Zack! Achso, der ist halt mit der weniger. Dann nehmen wir mir noch einen mit. Mann! Wäre doch gelacht! Und er kriegt auch noch mal eine. Autschen! Tja! Dü, 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 dü. Dü, dü, dü. Und dem Hauer auch noch mal eine rein. Zack! So, ich gehe noch mal ein Schild. Hallo! Und damit überspringen wir das. Hat ja nicht ganz so viel gebracht, aber nein. Autschen! Leute! Ich dachte, er hätte jetzt mehr gebracht. Au! Au! Sie muss uns mal eben heilen. Dann sind wir gleich weg vom Fenster. Und das wäre nicht so schön. So, das war das Ende für ihn. Wenn er so weitermacht, gleich unser Ende. Ich dachte, er wäre jetzt schon für den. Na, passt. Jetzt aber. Sieh mal einer an. Ja, komm mal zu dem Kerker, äh, in den Kerker, der Verstoßenen möchte. Wir sollten ihn vielleicht besser steuern. So, Kampf! Und sie gibt uns noch mal ein Schild. Und eigentlich wäre ich gerne jetzt ein Stück vorgelaufen. Na ja. Dü, dü. Ausgewichen! Er kommt. Es ist eigentlich egal, wie ich den Griff treffe. Flop! Au! Sie heilt. Das ist gut. So sollte es ja auch sein. Und ich heile auch. Das ist das Schöne nämlich gerade an der Sache. Wir gehen mal einen Schritt vor. Eieiei, die beschwören ja gerade meine schwächere Rüstung. Alter, ich habe jetzt dreimal schwache Rüstung. Das ist natürlich nicht so toll. Oh. Ich dachte, ich könnte dem noch einen verpassen. Na gut, dann nicht. Aber wir können dem hier noch einen verpassen. Das ist nur noch ein einziger HP. So. Und dem können wir auch noch mal einen verpassen. Zack! Mehr werden wir nicht hier rum. Und ich glaube, wir könnten dann sogar gleich mal eben hochheilen. Ja gut, mehr bringt uns nichts. Aber wir können uns mal eben hochheilen. Super. Und dem können wir auch noch einen verpassen. Zack! Dann haben wir noch einen Aktionspunkt. AP glaube ich heißen die. Ja, uns geht es nicht mehr ganz so gut. Das sehe ich ein. Alter, warum ist der ausgewichen? Da war ein Schild. Ja, da können wir uns gut jetzt noch eine verpassen, Mann. Ne, sie kann uns noch mal heilen. Sauber! Jetzt sind wir eigentlich auf, ja, sicheren Seite, sagen wir. Versuchen wir jetzt gerade noch mal einen reinzuhauen, aller... Wollt ihr schwache Rüstung? Sogt ihr nicht! Oh, noch mal. Achso. Bin ja gar nicht. Bäm. Sauber. Knochenpulver. Handvoll Münzen. Und das ist ja fast ohne Boden. Ha, ha, ha. Den Witz habe ich schon lange nicht mehr gebracht. Ähm, so. Wir gehen mal in den Ladebildschirm und ich trete mal einen Schluck. Moment! Okay, das ist der Kerker der Verstoßenen. Ist der relativ groß. Es geht. Der ist, glaube ich, nicht unser Freund, wie ich gerade sehe. Oder erkenne. Warum soll ich umbringen? Batman! Fatman ist das. Ah, geil. Geil. Das sind ja echt so... Ähm, was? Ein Mann hat mich gebeten, mit dir zu sprechen und... Ich habe gesagt... Warum willst du mich umbringen? Entschuldige, ich verstehe nicht, was du sagst. Ah! Ja, das... Hörte sich nicht gut an. Ah! Kampf. Fatman, wie... Wie stark ist Fatman denn? Ah! Fatman ist Level 6. Alles klar. Aber Fatman hat echt... gute Schläge drauf. Wir verpassen uns ganz schön ein, oder? Wir müssen dich gerade mal so feststellen. So, Fatman! Ich wollte das sagen, der in der Taverne sah ein bisschen aus wie der Joker. Feier ich natürlich extrem jetzt gerade. Ihr Fatman. Nicht Batman, sondern Fatman. Fatman ist tot! Und neues Level! Juhu! So! Guck mal, was? My King of Warfung. Könnte man jetzt... Arthur, maximal HP steigt mit jedem erworbenen Fähigkeitsstufe um 40. Könnte man machen. Ist relativ nice. So, äh... Einfrieren halte ich nix von. Erhöht die Stärke von dem Univers Zauber. Göttlicher Schutz. Miriam ohne Fähigkeit um 5%. Das ist göttlicher Schutz. Und das benötigt eh Level 11. Also, tun wir da auch nicht. Zack! Und wir können noch was machen. Dadadadada! So, Gingi. Die kriege ich noch mal ein bisschen Intelligenz mit oben drauf. Oder? Vitalität. Äh, komm. Vitalität. Wobei... Ne. Ich mach erstmal lieber mehr Schaden. Er kriegt aber Vitalität. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Der Gute. Äh, hier. Jetzt mal reingucken. Zack! Ich würd gerne in diese Richtung gucken, wo ich laufe. Ist vielleicht auch manchmal nicht so verkehrt. Wobei, na, jetzt gerade nicht so gut. Oh nein, spinnt schon wieder. Dieses Tor könnte dann besonders groß... Sondern geöffnet Schlüssel werden. Was? Echt jetzt? Wo find ich denn diesen Schlüssel? Hä? Willst du mir jetzt echt sagen, wir kommen hier nicht rein, weil uns der Schlüssel fehlt? Das hab ich doch jetzt echt, äh... Äh... Dieses Tor... Diese Tore können nur mit einem besanomen Schlüssel geöffnet werden. Ja, Scheibenkleister, ey. Schade aber auch. Schade aber auch. Das ist aber echt schade, ein bisschen. Das ist echt schade, gerade ein bisschen. Wir gehen mal hierhin zurück. Oder wir laufen den ganzen Weg zurück. Schade, ey. Wir laufen nämlich hier direkt in die Wolf-Masse. Nein. Wir warten auf die... Ja, genau. Kampf! Damit leveln wir dann direkt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gucken soll. Zack! Ich überspringe. Sie heilt. Und sie gibt uns Schild. Oh, Schild! Und da krieg ich nochmal eine rein. So einfach ist das. Aua. Aua. Sie heilt eh. Ja, wenn ich hören kann, muss ich wühlen. Ihhh. Was haben wir denn? Leben. Weil ja, es geht. Erfahrungen. Äh, what? Wir haben gerade erst gelevelt, also von daher. Sie versuchen es. Alles klar. Zack! Ich bin dran. Down. So, da kriegst du nochmal eine hinterher. Und nochmal eine. So einfach geht das, mein Freund. Und nochmal eine. Siehste? Zack! Das lief echt gut. Ork. Ah, okay. Wir sind Teufelspilze. Gigantische Wespe. Und Teufelspilze. Welche Richtung sind die jetzt? Die sind nach unten hin. Oh, da sind aber schon ein paar. Da müssen wir jetzt ein bisschen taktisch nachdenken, glaube ich, drüber. Moment, ich möchte erst vorher abspeichern nochmal. Neuer Spielstand. Annehmen. Könnte ich eigentlich auch. Könnte ich hier auch löschen. Wahrscheinlich nur irgendwann überschreiben. Kampf! Das heißt für mich. Kommt mir einer verpassen. Alles klar. Und das heißt Schild. Na, da kommt ja nichts für jetzt. Vier Gegner. Könnte schwierig werden. Ehrlich gesagt. Oh, oh, oh. Was beschwören die denn jetzt hier? So, die ist schon mal platt. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Jetzt bin ich vergiftet, natürlich. Das war relativ gut. Das Gift macht mir zu schaffen, glaube ich, ne? Aber ich heile ja auch. Das ist recht praktisch. Und in dem Fall passen wir auch noch einer. Ah, ich kenne mal. Nichts verschenken hier. Okay. So, und einmal hochhealen. Beziehungsweise hoch war es jetzt schon nicht, aber etwa healen. Zack. Zack. Oh, zack. Dann haben wir das gleich hinter uns schon. Hö. Sauber. Guck mal, wie gut wir sind. Langsam. Gut. Trotzdem würde ich mir noch nicht trauen, da in die... Da kommen wir in die nächste Ebene. Das ist gut eigentlich. Relativ gut. Können wir hier irgendwo eigentlich abkürzen? Nee, ne? Nee, können wir nicht. So, na gut. Bis zum... Mein Gott. Bis zum nächsten Ewel. Erfahrungspopel dauert es noch. So, was haben wir denn hier? Eieieiei. Level 7. Oh, warte mal. Wo ist denn deine Partnerin? Die sollte... Vielleicht, ähm... Genau. In unsere Mitte. So, zack. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und hier nochmal hin. Oh. Alter. Und sie geben uns nochmal ein Schild. Zack. Halte ich jetzt einfach für mal am bedrohlichsten. Bedrohlichsten. Glaube ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob der bedrohlicher ist. Ich hab echt keine Ahnung. Wir heilen. So, der ist schon mal platt. Das ist relativ gut. Eieieiei. Ich stehe so ein bisschen blöde in den... ...in den drinnen. Weil ich seh da nix. Ich seh echt nix. Ist echt ein bisschen blöd. Schade eigentlich gerade. Ausgewichen? Warum? Find ich jetzt weniger schön. Achso. Öh. Aua. So, dann ist der nämlich auch... ...nicht dauernd. Ich wollte sagen, dann ist der auch schon down. Jetzt aber. Oder war jetzt nicht so viel? Ist der weiter? Wie viel sind das? Auch drei Gegner. Alles klar. Kampf! Geh einen Schritt vor. Rauschen. Okay. Wir kriegen noch ein Schild von ihr. Und wir haben noch mal nach. Zack. Ja, gut. Und noch mal eine. Ich wollte eigentlich die Wölfe jetzt getroffen haben. Egal jetzt. Relativ egal jetzt. Eigentlich. Zock! Keine 2 AP mehr. Also ich bin bitter gerade. Hm. So, der ist weg. Und der ist so gut. Warte, sind beide alle weg. Sauber! Sauber! So, Freunde. Äh, bis hierhin erstmal. Ich muss nämlich erstmal irgendwo hin gleich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr wollt mehr von Willi-Milli-Night sehen, dann sagt Bescheid. Wie gesagt, ist noch ein bisschen was, ne? Hier kann man noch so echt einiges erforschen und entdecken und so. Und, äh, macht Spaß. Macht Spaß auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Du bist gerade hier. Alles klar. Auf jeden Fall, tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020